äh, ist das Wolkenkuckucksheim? Ich sehe aber gar keine Wolken. Oder Kuckucke. Nein, nein. Dies ist Mittelseeland. Wenn wir in Wolkenkuckucksheim eintreffen, stellen wir eine Meisterbauarmee auf, die den bösen Büro tut. Er stürmt damit. Ja, ja, schon gut. Aber zieht euch mal den neuen Subwoofer rein, die ich hinten eingebaut habe. Meine Höllenhunde hört mal, wie sie bellen. Kannst du mal ein bisschen leiser machen? Das Lied habe ich für Wildstyle geschrieben. Darkness. Daran geht es um mich als Waisen. No parents. Das ist wahre Musik, Emmett. Batman ist ein richtiger Künstler. Dunkel, nachdenklich. Also, ich bin auch dunkel und nachdenklich. Oh, seht mal, ein Regenbogen. Also, du fährst den Bogen entlang, ist ganz nach oben und parkst dann das Auto. Der Eingang ist unter dem Regenbogen da in der Ferne. Oh, noch mehr Regenbögen. Hmm. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Drache, das ist meine Greifhakenpistole. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Danke, baby. Hey. Clever von dir, dich auf die Wolke zu stellen, damit sie nach unten schwebt. Danke, baby. Ich hab's kapiert, er ist dein Freund. Da enden Heliumballons also, wenn sie davon schweben. Nun, diese hier werden einen Batarang zu spüren bekommen. Oh, kann ich wenigstens den Grünen haben? Nein. Nein. Oh, okay. Okay. Guck! Ähm, sollte das Segel nicht in die andere Richtung zeigen? Überlass das mir. Das ist ein Geheimnis für den Geheimnis. Da kommen wir doch nie hoch. Vielleicht können wir einen riesen Drachen bauen und hochfliegen. Oder einer von uns könnte eine Treppe bauen, wie es normale Leute tun. Das könnte natürlich auch funktionieren. Das ist eine Treppe. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich öffne die Tür mit dem geheimen Klopfzeichen. 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 Die Tür mit dem geheimen Klopfzeichen. Ich öffne 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 die Tür mit dem geheimen Klopfzeichen. Der scheint hin zu sein. Ich öffne die Tür mit dem geheimen Klopfzeichen. Könntest du das gebrauchen? Sicher. Benutzt alle das magische Regenbogenkatapult, um da raufzukommen. Danach muss ich erst mal duschen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich brauche noch jemanden hier oben. Wir brauchen mehr Gewicht, um den Hebel runterzudrücken. 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 Ich hasse Clowns. Ich habe ihn mit, ich habe ihn mit. Das war's für heute. Baby, kannst du mir hier helfen? Baby, kannst du mir hier helfen? Hey, wir sollten ausschauen auf Anleitungsseiten halten. Da oben ist eine Anleitungsseite. Das ist eine Anleitungsseite. Das ist eine Anleitungsseite. Das ist ein Anleitungsseite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Keine Sorge, ich schaffe den Elefanten aus dem Weg. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, aus Cartoons kann man tatsächlich was lernen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Los, alle rein! Nächster Halt, der Hund! Lord Business plant angeblich den Einsatz eines zur Waffe umgewandelten Kregel am Taco-Dienstag, um die Welt, wie wir sie kennen, komplett zu zerstören. Bitte beruhigt euch! Es gibt noch Hoffnung. Der Besondere ist erschienen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017